Willkommen zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt hier, wo wir jetzt von Milch und Finsternis erfahren. Das hört sich irgendwie verkehrt an. Wir wollen das gute Portal betreten, das wir hier in der Residenz von Eramas gefunden haben. Oh wei. Und ich habe irgendwie Angst. Die Aufgabe ist auf jeden Fall nicht zu schwer für... Puh, hier steht's. ...interagieren. Okay, da kommen wir dann wohl zurück. Ähm, wir wollen die Fackel. Wir wollen die Fackel. Dann wollen wir uns hier mal ein bisschen umsehen. Also hier haben wir auf jeden Fall einen atmosphärischen dunklen Ort, der mir so gut wie gar nicht gefällt. Nützliches Fackel. So. Ähm, dürfen wir etwa hier Schach spielen? Eine große Schachpartie. Ähm, Geralt der Käsekenner. So. Okay. Oh, oh, okay. Woraus hat er diesen Käse gemacht? Aus Meckermilch? Ich muss vorsichtig sein. Ähm, ja. Okay. Da unten ist kein Sauerstoff mehr, weil der Käse da ist. Reifender Käse, der Sauerstoff entzieht. Ich sag da gar nicht zu. Anzünden, bitte. Hier können wir hin. Ich hab irgendwie so das Gefühl, dass wenn ich da jetzt versuche durchzulaufen, ich sterben werde. Von Milch und Finstern, das macht auf jeden Fall Sinn. Passender Titel. Okay. Okay. Ah, er ist überall. Der Käse des Grauens. Und hier geht's hoch. Ist ja echt nicht wahr, oder? Dass wir hier beinahe vom Käse erledigt werden. Erasmus, der Scherzkeks. Der Käsekeks, eher gesagt. Oh wei, oh wei. Meine Käseprobe. Wie sie mir wird sich köstlich amüsieren. Lass erzählen. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer geht. Ja, warte mal ab, Geralt. Ich hab da so eine ganz andere Befürchtung. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr schön, dass man hier überall die Fackeln anzünden kann. Das sorgt auch wieder für so eine Erkundungsatmosphäre, dass man durch eine Höhle streift und dort das Licht entzündet. Ah, jetzt kommt's. Ein Portal, okay. Also, es hat sich definitiv... Das war vorher auch nicht, dieses Nachladen der Texturen. Ich mag das neue Update nicht. Ich weiß ja nicht. Na, komm schon. So. Hallo? Oh. Oh. Um Gottes Willen. Gemein, gemein. Okay, jetzt wird's wohl ein bisschen kalt. Unterwasser haben wir gar nichts. Ich muss sagen, mir gefällt die Rüstung. Die gefällt mir sogar richtig gut. Hier haben wir auch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, folgen wir mal hier dem Wasserverlauf. Halten aber trotzdem die Augen auch immer mal auf das Unterirdische gerichtet. Und allein, dass man so toll tauchen kann. Das war ja auch in Switcher 2 gar nicht möglich. Und da noch so schick animiert. Das ist wirklich... Wenn da nicht im November noch so ein Spiel erscheinen würde, wäre es wahrscheinlich das Spiel des Jahres für mich. Schön, dass man da fast hochkommt. Und das ist ja interessant. Aber wo kommen wir denn hoch? Huch. Oder. Hier kommt man hier hin. Aber hier geht's definitiv nicht weiter. Und auch da kommen wir nicht hoch. Okay. Ah, da ist was. Eine verschatzte... Eine verschatzte Kiste, genau. Eine versteckte Kiste. Aber definitiv kein Weg nach oben. Nee, dann ist das hier wohl doch nicht richtig. Dann war es hier wohl eher einfach nur ein Ort, um diese Kiste zu verstecken. Ja, vielleicht sollte ich einfach mal hier lang schwimmen. Ja, sieht sogar verdammt richtig aus. Erstmal eine Rolle unter Wasser, Geralt, genau. Genau. Okay. Und auch dieses... Ja, ich würde nicht sagen, nach atemringende Ausspucken. Aber dieses Ausspucken von Wasser, sobald Geralt an die Luft kommt. Und an die Oberfläche kommt, dieses... Boah. Ist auch richtig gut gemacht. So. Hoch da. Und das sieht richtig aus. Ja, jetzt sind wir hier oben. Und können hier weiter vorrücken. Jetzt wird es interessant. Da ist doch jemand, oder? Lebt der Rasmus noch? Und wieder Käse. Überall Käse. Da müssen wir einmal springen. Diese Entdeckung darf ich Lambert nicht vorenthalten. Neblinge sind immun gegen den Geruch von alten Käse. Ja, aber nicht gegen die Wirkung meiner Klinge. Okay, und hier wurden wohl endgültig perverse Experimente durchgeführt. Mit Käse. Oder was? Das meinen die aber nicht ernst, oder? Hier wurden... Käse. Käse. Warum Käse? Hat sich da ein Entwickler ein Scherz erlaubt? Bullenfigur. Notiz von Erasmus. Ja, ja. Käse, Käse, Käse. Was für ein Käse. 89 mal Wasser. Wobei, wobei. Objekt, das zum Abschließen. Okay, eine weitere Figur. Und dann hier... Notiz von Erasmus. Die Vision stabilisiert sich und ich sah, man höre und staune, wie durch einen Nebel im Mondlicht die vier Prinzen, ein jeder gerüstet und zu Pferde. Was? Wie durch einen Nebel im Mondlicht die vier Prinzen, ein jeder gerüstet und zu Pferde. Da fehlt doch was, oder? Reiteten oder sowas. Naja, wie Nebel das Pferd... Wie Nebel das Pferd des Ersten, wie Schwefel das des Zweiten, schwarz wie der Abgrund des Dritten, das des Vierten, das des Vierten, jedoch ein Pony. Und dann schaute ich einen klaren Springquell. Dort tranken die Prinzen nicht davon, denn dies war verboten. Ich glaube, der ist ein bisschen durch den Wind, der gute Erasmus. Darauf flog ein Paradiesvogel rot und gold über sie hinweg und erhellte den Ast eines Baums. Und der Baum hatte Äste und Zweige 1400 an der Zahl. Zerrt von der Quelle, sagte der Vogel, doch sie zeigten auf der Sonne blutigen Tränen und zerrten nicht. Der erschien eine reine Jungfrau mit entblößten kleinen Dekolleté-Aussichten, rot und fest wie reife Lindenbeeren. Dann hatte meine Nase sich an das Aroma gewöhnt und die Vision verging. Morgen werde ich versuchen, die reife Probe von Genomivor zu entsiegeln. Angeblich hat sie ein feines, tiefes Aroma mit leichtem, nussigem Nachhall. Ich will gar nicht wissen, was für Aroma er meint und was für, naja, klingt pervers. Käse. 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 Eine Kuh. Was hat Erasmus für Probleme? Käse. Überall Käse. 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 Eine Illusion. Oh, Mann. Das darf ja nicht wahr sein. Eine Art Gewölbe. Ich sollte mich umsehen. Ich wollte nicht reingehen. Ich wollte... Jetzt wollte ich reingehen. Okay, also, das ist wirklich mal eine Kielsch... Eine Kielschiege, genau. Eine milchige, eine käserige Aufgabe. Mein Schuhverkehr ist noch aktiv. Ich muss sie irgendwie beseitigen. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Ah ja, mach mal. Äh... 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 Barriere deaktiviert. Ah ja, das waren nämlich zwei Igniruhen, die da drüber dargestellt wurden. Sehr schön. Hier haben wir nochmal kleine Fackelchen. Auch die wollen wir anmachen, wie gesagt. Finde ich sehr atmosphärisch. Schlangenfigur. Wenn dieses Schwert so tödlich ist wie Eramas Käse, sollte ich es mitnehmen. Vielleicht nenne ich es Emmentaler. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Endlich haben wir einen Emmentaler gefunden. Der Schaden ist zwar geringer, doch allein wegen der Optik, der Farbe und dem Namen werden wir die Klinge jetzt definitiv mal eine Zeit lang führen. Ich begrüße dich herzlich, lieber Emmentaler. Ich sag da mal einfach gar nichts zu. Wir haben aber doch eine ganz, ganz schöne Rune gefunden, oder nicht? Etwas ganz Großes, Tolles. Klein, klein, klein. Groß. Rüstungsdurchbohrung. Boah. Wie viel war das? 30 Prozent. Ho. 3 Prozent auf Taumel, das ist auch nicht schlecht. 2 Prozent auf Vergiften. 10 Rüstungsdurchbohrung. Wert 110. 220. Ne, dann nehmen wir lieber die Taumeln. So. Emmentaler. Emmentaler, wie geht's dir mit Runen? Käsig, das sieht ja auch mal schön aus. Cool. Also, für den Emmentaler hat es sich definitiv gelohnt. Emmentaler. Zieh jetzt schon die Figuren an, das ist so bescheuert einfach. So, trotz alledem haben wir noch so viele verschiedene Figuren. Ich bin mir beinahe sicher, dass es definitiv noch weitere dieser obszönen Gebäude geben wird. Denn wir haben ja auch noch die Ochsenfigur gerade gefunden. Und auch die wird sicherlich noch irgendeinen Sinn erfüllen. Da, ja, da bin ich mir recht sicher. So. Ab durchs Portal. Aber genial auf... Achso. Frische Luft. Endlich. Ja. Verbesserte Katzenrüstung. Es darf nicht wahr sein. Da haben wir die verbesserte Katzenrüstung gerade gefunden. Letzter Tagebucheintrag. Habe ich jetzt so gedankenlos eingesammelt. Schlangenfigur. Ja, ja. Aber ich möchte mir gerne das hier hinten angucken. Letzter Tagebucheintrag des Magiers Eramas. Mein Haus wird seit Tagen von Jägern belauert. Ich wusste natürlich, dass sie kommen würden. Die Vision durch der aromatischen Limburger. Meine Güte, so ein Käse nah. War nur allzu deutlich. Doch ich muss das Risiko eingehen und noch einige Tage bleiben. Die Käse haben ein faszinierendes Reifestadium erreicht. Ein Transport steht völlig außer Frage. Ich arbeite seit 40 Jahren an diesem Rezept. Lieber sterbe ich, als sie jetzt im Stich zu lassen. Für den Fall, dass ich nicht imstande bin, Zeitpunkt und Art des Übergriffs der Jäger zu weissagen, vermache ich meinen wertvollen Schatz, dem tapferen Abenteuer imstande, sie zu finden. Möge dieser Noten ihn inspirieren, meine Arbeit fortzusetzen und sich auf die Schulter der Riesen von Tyromantie zu stellen, Geoffrey Munster, Avonvox-Boulon und nicht zuletzt der Blauschimmel-Baron Eric Stilton. Es geht sich dabei scheinbar um Käse. Käse, Käse, Käse. Was für ein Käse. Jaja. Ein weiterer nicht entdeckter Ort wartet auf uns und der M-Taler möchte gerne mal ausprobiert werden. Ich würde gerne die Katzenrüstung verbessern, aber ich bin mir beinahe sicher, dass wir... Wir können ja mal nachschauen. Ähm... Alchemie. Ich glaube, hier sehen wir die Rüstung gar nicht. Dafür müssten wir auf Glossar-Handwerk... Das sind unsere... Verbesserte Katzenrüstung. Stufe 23. Die sieht schick aus. Die sieht schick aus und die könnten wir sogar herstellen. Okay. Aber Stufe 23, das dauert noch ein bisschen. Das heißt, wir werden die Hexerausrüstung definitiv nicht mehr verkaufen. Da wir sie tatsächlich allesamt aufrüsten können. Also ich finde es schon toll, mit so einem M-Taler durch die Gegend zu laufen. Aber okay. Es warten noch weitere Orte auf uns, die hier entdeckt werden wollen. Und das machen wir auch so gleich. Hähnlich. Autsch. Geralt, das sind Wölfe. Wie sollen die hässlich sein? Du bist selber doch auch ein Wolf, in gewisser Art und Weise. So. Stell dir mal vor, das Schwert würde wirklich nach M-Taler riechen. Naja, ich würde es mir gar nicht vorstellen. So. Dann würden die Gegner wahrscheinlich schon umfallen, bevor sie überhaupt kämpfen. Oh Gott. Das sind mal schöne Bäume. Und irgendwie erwarte ich ein Endriagen-Nest oder so ähnlich. Okay. Okay. Einzelne Gegner finde ich also sicher nicht perfekt. Okay. Okay. Respekt-Einflussens. Okay. Ich habe mir das ein bisschen effektiver vorgestellt. Ich habe mir das ein bisschen feuer. Okay. Wow. Waldstraße. Arme ist hier. Oh. Ich habe schon beinahe Mitleid mit. Das wirkte so naturverbunden. Hohenstein, Glühfes, Markstaub, verbesserter Rennsattel, Zweieck. Man findet definitiv zu viele Waffen in diesem Spiel. Oh. Oh. Ist das schwertschön. Oh. Wolfstufe 22, was ist denn hier los? Aber trotz alledem bleibe ich jetzt erstmal beim Emmentaler Ich überlege aber gerade Schaden 164 207 ist immer noch besser Jetzt war ich so entschlossen den Emmentaler zu nehmen und zack, finden wir so ein schwer Das darf vielleicht nicht wahr sein Ne, wir spielen jetzt erstmal Wir kämpfen erstmal weiter mit dem Emmentaler Die haben ja gerade erst gefunden Die Klinge und wie gesagt Allein schon wegen dem Titel Es ist ja eine Art Easter Egg Auch wenn die Waffe natürlich Wahnsinn war Ich würde aber gerne ganz kurz überfliegend nachlesen Was ein, äh, eine Waldschrate ist Geister Nein, natürlich nicht Hybriden Nein, Insektuide Ein Relikt, oh Gott, jetzt fühle ich mich schlecht In diesem Wald jagen wir nicht nie Auch wenn das ganze Dorf verhungern muss Waldschrate leben in dichten, unwüchsigen Wäldern Sie sind sehr auf ihr Revier fixiert Und Heimlichkeit und List sind ihre einzigen Jagdfertigkeiten Sie nutzen angeborene Magie Um Pflanzen und Tieren im Revier zu beeinflussen Steinalt heißt Waldschrate Die Armen Ich fühle mich schlecht Und ihr seid schuld Ihr, liebe Zuschauer, seid schuld Wegen euch Nein Ähm, ja Armer Waldschrat Tut mir echt leid Naturverbundenheit und Wir haben ihn getötet So, da war ja Werner in Roche, oder? Das ist ja auch nur ein Katzensprung Haha, Katzenrüstung Ihr versteht schon Finde Junior Da war Werner in Roche Da war das Lager Und da fehlt nur noch die Ecke hier Ja, nur noch Hahaha Aber wir werden dann erstmal die Ecke hier fertig erkunden Erstmal da zu dem Lager Und dann nach oben Und danach werden in Roche Das ist nochmal ein toller Plan Plötze, komm mal her Hoffentlich kommt Plötze auch gut mit dem Emmentaler Klar So Der arme Waldschrat Da fühlt mich jetzt wirklich schlecht Meine Güte Hallo So Aber was ich sagen muss Ich meine, das Reiten Querfeld ein Funktioniert deutlich besser als am Anfang Denn da hat man noch deutlich mehr Ecken und Kanten gefunden An dem er nicht vorbeikam Als das jetzt der Fall ist Was ist das hier eigentlich? Hütte des Kräuterkundlers Hütte des Kräuterkundlers Hallo Kräuterhändler Kräuterhändler Sei gegrüßt Suchst du Kräuter? Medizin, um schüchterne Mädchen zu enthemmen? Einen Trank, um dir Mumm für eine zweite Runde zu geben? Das war's Keine anderen Kräuter oder Tränke? Doch Einer lässt die Haare sprießen Ein anderer tut das Gegenteil Einer lindert Schmerzen Einer gebrochene Herzen Sag mir, was dich plagt Die Anwesenheit von immer mehr und mehr Halblingen Aber okay Kennst du dich mit Meisterrezepturen aus? Kannst du wirklich Meistertränke herstellen? Und nochmal ganz kurz Guck euch mein Emmentaler an Es sieht schon schön aus Kennst du irgendwelche fortgeschrittenen Rezepte? Vielleicht etwas, das du mir beibringen kannst? Was ich weiß Hat mir Meister Gremist von Skelly beigebracht Willst du bei einem Kräuterkundler in die Lehre gehen? Nein Ich will nur etwas Neues lernen Nenn es wie du willst Du musst über das große Meer Zur Insel Arztcannik Dort wird der weise Meister Gremist Im Heiligen Hain beurteilen Ob du der richtige Schüler bist Na super Lass mich mal schauen Und ich dachte Wir können jetzt vielleicht den Meistertrank erlernen Ich glaube nicht, dass der Plunder kauft, oder? Doch, er kauft Plunder Dann kauft mir bitte Plunder, mein Freund Weg, 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 weg 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 damit Äh Puppe Schöpfkelle Tabakpfeife Haut Verwesenes Fleisch Sehr appetitlich Lederbalk Ziegenfell Asche Bar Halten wir mal Schweinehaut kann noch weg Das wiegt auch alles recht viel Und das sollte aber mal reichen So viel Geld hat er auch nicht mehr Gut, dann auf Wiedersehen Bis dann Okay Aber schick, dass er sich hier ein eigenes kleines Dörfchen errichtet hat Indirekt zumindest Klauen wir ihm erstmal die Zutaten, die wir auch bei ihm kaufen können So Uh, schöne Aussicht auf Ochsenfurt Ähm Die Weltkarte Weltkarte, Weltkarte Zeig mal her bitte Da ist Wernern in Roche Roche, Roche, Roche Ich würde gerne Erst nochmal da hin reiten Und dann einen Knick Nach unten machen Denn ich, dass Wernern in Roche jetzt nachher mit uns zusammen Richtung Norden marschiert Wir den einen Ort dann nicht entdeckt haben Das wäre auch ärgerlich Das heißt einmal im Schnellschritt Querfeld ein Und dann müssen wir eigentlich Auch wenn ich jetzt ungerne mache Vor Wernern in Roche Eigentlich die Aufnahme beenden Denn eigentlich haben wir uns jetzt so toll mit Erasmus beschäftigt Es wäre eigentlich viel zu schade Jetzt das Video auch noch mit Wernern in Roche zu füllen Ja, ja Gut, dass es gar nicht peinlich war Ich glaube fast, dass die Baditen sich das anders vorgestellt haben Mit dem Reitangriff Naja Es kann ja nicht immer alles gut laufen Für die Baditen ist es gerade ziemlich schlecht gelaufen Ziemlich, ziemlich schlecht sogar Ein super tolles Strickleiter Ich weiß nicht, warum ich Strickleiter immer mitnehme Ich habe, glaube ich, die Strickleiterkrankheit Und hier oben haben wir diesen seltsamen Rundenort Es-Tai-Jahre Ich halte mir beinahe ein Jemaliger Elfischer Ort zu sein Vielleicht Okay, gut, dass wir vorwerden in Roche Dann noch etwas zu tun haben Oder auch nicht Ich glaube, hier kommen wir jetzt später rein Naja, gut, dann wieder raus hier Echt ganz schön agil, ne? Unser guter Geralt Meine Herren, so Schön, dass hier draußen ein Gegner erschienen ist Hier, spür den M-Tader Da haben wir seinen Magen gefüllt Mit einer Klinge Hahaha So, weg mit der Fackel Wir wollen einmal runterlaufen In Richtung des Lagers von Werden Roche Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter Ich bin sehr gespannt darauf Den endlich wieder zu sehen Und ich bin vor allem gespannt darauf Ob man hier jetzt auch weiterhin noch Die Spannungen spürt Ich müsste mich ja richtig entschieden haben Beim Barbier Dementsprechend müsste vorausgesetzt sein Dass wir ihn Da, da, da ist Novi Grad, glaube ich Da hinten Irgendwo Und da ist Ochsenfurt Glaube ich, oder? Müsste so sein Ähm, oder ist das anwesend? Ich weiß nicht wirklich Wie gesagt, theoretisch Müssten wir noch immer von den Spannungen Ähm, etwas mitbekommen Da wir uns hier beim Barbier Richtig entschieden haben Eben dafür, dass wir uns eben nicht Für Werden Roche Sondern Für die Square Hotel entschieden haben Gerade bin ich fast erstickt beim Sprechen So Da scheint das Lager zu sein Versteck Der temerischen Freisteller Der blauen Streifen Okay Ich bin gespannt Auf Werden Roche Hoffentlich die gleiche Synchronstimme Hoffentlich ein akzeptables Aussehen Aber all das erst beim nächsten Mal Vielen Dank fürs Zuschauen Es geht weiter mit der Haupthandlung Nachdem wir hier jetzt Den Emmentaler aus seiner Ja, Käsehöhle geholt haben Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal